Ich habe ja gesagt, dass ich mich bei 100.000 Abonnenten zeigen werde, also folgt mir auf Instagram, denn dort werde ich mich auf jeden Fall dann zeigen. Ach ja, gebt dem Fortnite-Shop KalleMäus99 ein, denn sonst werdet ihr nie wieder einen epischen Segel in Fortnite erreichen. Sküskü. Hallo, es hier wäre Deutsch. Hallo. Hallo. Bist du Deutsch? Ja. Na Junge, was geht denn ab, Alter? Alles fit bei dir. Was? Alles fit bei dir. Lass mal Tomato Temple, okay? Da, wo der dicke Tomatenschädel sitzt, okay Junge? Ja, okay. Und Junge, bist schon ein guter Fortnite-Spieler. Ich spiele von Season 6. Was bist du? Von Season 6. Also bist du ein schlechter Fortnite-Spieler? Junge, selber. Keine Ahnung. Ja, du bist schlecht, ne? Alleine, ich bin nicht schlecht. Aber ich glaube schon. Wie lange lebst du schon in Deutschland? Ein Jahr. Von wo kommst du? Rumänien. Warum bist du hierher gekommen? Was? Warum bist du hierher gekommen? Weil das ist scheiße. Das ist scheiße? Ja. Junge, wie alle. Die Schule und Kinderwagen. Schule und Kindergarten, alles scheiße oder was? Ja. Also war schon kriminell oder wie? Nein, Junge. Guck mich mal an, Junge. Guck mich mal an. BAM! Ich mach dich fertig, okay? Junge, lach nicht. Ich meine das ernst, Alter. Was, Junge? Willst du Stress oder so? Nein, Junge, kein Problem. Kein Stress, oder? Ja. Ey, ich hab Trampolin, Junge. Wollen wir mal damit ein bisschen Action starten oder so? Ich kann jetzt hier so Trampolin machen. Ja, dann mach ich. Okay, Junge. Wo wollen wir hin? Lassen zu gehen. Nicht sterben, nicht sterben, Junge Bau. Komm, Junge, lass hinter. Die wollen Stress. Ja. Ah, Junge, chill, chill. Alla. Alla. Junge, wirst nicht waschen? Einbruch, Alter. Die wollen schon Ärger, so. Er kommt. Aha. Wie viel Leben hat der Junge? Troller Nation, Junge. Er weiß gar nicht, wer der wirkliche Troller ist, Mann. Ey, hast du Bock, noch eine Runde zu spielen? Ja. Okay, ich schick dir Freundesanfrage, okay? Yo, Gary, Alter, was geht ab, Mann? Ey, wie alt bist du? Ich bin zwölfeinhalb, bald vierzehn, und du? Auch 28, äh, 5 Uhr, ich mach 14 mehr. Du bist 28? Mein, Junge. Ah, okay. Ey, wie kommst du so klar in der Schule? Geht da alles fit und so? Ja, normal. Weil wir machen jetzt keine halben Sachen mehr, okay? Ne? Junge, jetzt gibt's halt nur noch, äh, Vollkontakt aufs Gesicht, so, weißt du? Ja, ja, also, Headshot. Ja, ja, normal, Headshot und so. Bang, bang. Hörst du Deutschrap? Ne, ich hasse Deutschrap. Er weiß der. Ja, Mann, Lager, Alter. Und der will doch Stress, Junge. Lasst Vollkontakt jetzt aufs Gesicht. Junge, ich war one shit. Habt ihr, nein? Kein Materialien. AAAAAAAH! Das war auf jeden Fall nicht, äh, Vollkontakt aufs Gesicht. Ja, ich weiß. Äh, ich, ich kann nur ein, äh, also, Runde spielen. Und noch eine Runde? Ja. Okay, aber dann machen wir jetzt schon ernst, oder? Also so richtig aufs Gesicht gibt's jetzt. Ja, okay. Wehe, wenn nicht, Junge, dann, dann werde ich traurig. Ey, trinkst du eigentlich gerne Gurkenwasser? Nein. Wie, nein, Junge? Hä? Trinkst du gerne Gurkenwasser? Ey, was ist das? So, Gurke. Kennst du? Mhm. Cucumber, auf Englisch. Ah. Und dann das Wasser davon. Das trinke ich jetzt. Mh. Wow. Das ist so lecker, Junge, ich sag's dir. Nein, lass nicht da hin. Lass, lass hier. Junkie Junction. Brutaler Loot. Ich sag dir real. Das ist brutal. Ey. Lass da hin. Junge, da gibt's miesen Beef, Alter. Let's go, Alter, Junge. Jetzt gibt's hier Mies aufs Fressbrett. Von, äh, welches Saison spielst du? Äh, seit eins. Aber ich bin nicht so gut. Oh, mein Freund ist auch so. Ist der auch schlecht, oder was? Ja. Ja, auch korrekt, Digga, dass du mich beleidigst und direkt auch, boah, ja, passt schon, Mann. Aber du kannst schon recht gut Deutsch dafür, dass du erst ein Jahr hier bist, oder? Ja. Also ich hab's seit... ...zehn Jahren Englisch und kann immer noch kein Englisch. Jo, Junge, Junge, was? Ey. Guck mal, ein... Ein U-Bug, er kommt zu einfach. Nein. Nein. Das ist wohl leichter. Nein. Ja. Aber du bist tot. Soll ich mich um... Äh, umbringen und dann machen wir nochmal eine Runde? Springe. Ui. Peng. Äh, bis zu Türke bist du deutsch oder was? Ja, Junge. Äh, also ich will nicht wie Türkisch. Ich hör mich an wie Türke. Ja. Wenn Stress gibt, sagt Bescheid, Junge. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, ne, sterben, nicht sterben. Nein, 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 nein. Ey, hey, hey, Junge. Ja, komm, der holt ihn nicht schlecht. Das macht der? Ja, darum. Ja, die weift, den. Ja, der da. aber jetzt gibt es aufs maul ich krieg das nein okay ich habe eine frage an dich junge was ich mache da so sachen im internet diesen illegalen so youtube kennst du ja und ich wollte nicht fragen ob ich ob ich hochladen darf die wir gespielt haben so mit stimme und so darf ich korrekte basen oder apokalypte junge apokalypte klar nicht ich komme so in klaren rein alter und noch eine frage eine kleine frage welchen creator code sollen die leute eingeben sagt jetzt sagt jetzt kalle moys 99 sagt das mal ehrenmann ja man so muss das sein auf jeden fall dicker ich hole jetzt noch einen epischen sieg so beide weiter das juckt mich ja nicht so wirst du wie ich mein alter das war knapp ne das war jetzt ja schon wieder ich sag mal gefährlich war das schon fast eingeschissen gerade und jetzt gibt es halt nichts aufs gesicht der chris schlur ihn man elfter platz ich sag mal so ne besser als zwölfter platz benutzt den creator code kalle moys 99 ihr werdet 20 prozent besser in fordner denn dann passiert euch so eine scheiße wie mir auf jeden fall nicht hallo ist hier wer deutsch kalle moys ich 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 ich